Live-Height präsentiert Eine Weltneuheit Die revolutionäre Wischtuchschleuder Twist-System Schluss mit Ausringen und Hände im Schmutzwasser Jetzt wird das Wischtuch ganz einfach ausgeschleudert Das ist sauberer, trockener, leichter Wischüberzug öffnen, ins Wischwasser eintauchen, in den Twist-Aufsatz einklinken und den Stiel nach unten drücken Spielend leicht wie bei einem Kinderkreisel Jetzt werden Schmutz und Wasser auf dem Wischtuch geschleudert und landen im Eimer Der Schmutz wird also nicht in das Wischtuch gewrungen Der Lupen-Test beweist die überlegene Sauberkeit des Twist-Systems Anschließend wird Ihr Fußboden viel schneller und leichter sauber Ohne die Gefahr von Schmutzkratzern Das Twisten macht den Wischüberzug aber auch trockener Mit jeder Umdrehung mehr Den Trockengrad bestimmen Sie selbst Selbst Parkett oder Laminat können Sie mit einem getwisteten Tuch gefahrlos wischen Und das Schönste, Ihre Hände bleiben immer schön sauber und trocken Ausfrängen ist out Twisten ist in Mit der Lifehide Wischtuchschleuder Twist-System Lifehide